Power on! Willkommen im nächsten Part von Legend of Zelda Force of the Avengers. Wieder zurück beim Tingles Turm, yeah! Tingles Turm! Freude, komm! Ohohooo! Alter, der Hammer! Oh yeah! Ah, ah, Doppelengen, eh, eh, Hammer, yeah! Hast du jetzt auch nicht probiert, ne? So war das, ne? Hm? Also, Tingles Games hattest du jetzt selber nicht gespielt, ne? Ne, hab ich noch nicht gespielt. Weil die gibt's nur echten Mächten-Modik, ja. Ist ja auch 40. Wer am längsten der Fänger... Fänger ist? Na, wirst du's versuchen. Oder wer am längsten der Fänger ist, ist was? Manuel zeigt schon mal seine Leine. Der Hammerflug. Der mit dem Hammer ist der Fänger. Schlägt der jemanden mit dem... Hammer ist der irgendeine Fänger. Wer am längsten ist, okay, ja, der verliert. Das ist ja ein gegeneinander-Spiel. Ja gut, keine Ahnung. Ist ja generell... Die Spiele sind ja generell hier gegeneinander von Tingles Turm. Trudert. Puh... Wer hat den... Wer hat den Hammer? Ich hab ihn, glaub ich. Ah ja. Aber wie soll bist du denn schnell? Und wie könnt ihr mal rollen? So. Wie darauf ist das denn? Oh leil, das fühlt sich voll unnatürlich an. Nein. Blülнут... Nein. 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 Nein! Nein. 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 Und lose. Wo kann ich den nichts greifen. Nein. Hé, man kann ja nichts machen hier. Aha. Das' ein kleines Lunfire. Nein, das ist dein Unfair. Nein, nein, nein... Nein... Richtig wies Sogar in die Dingswelt Ernsthaft? Hehehe Komm verschwinde, 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 verschwinde Tschüss Nein! Haha, nice Okay, tschüss I'm order hier, I'm order hier Das ist ein Schalter Nein! Ich dachte, der bringt was Ich dachte, der bringt auch was, aber Schnell Das man doch nicht rollen kann, ist fies Ja, das kann doch ich Ja, danke, tschüss Ah Ist das nice Hey! Ernsthaft! I'm order hier, I'm order hier, I'm order hier I'm order hier Lass mich weg, lass mich weg, lass mich weg Ich will hier nicht sein Überall, aber nicht hier Das spart viel Zeit mit dem Nein! Warum ich? Kann ich mit dem reden? Nein, kann ich nicht! Nein! Jetzt schnell weg hier, oder? Tschüss! Aha Ah Tja Vor allem das Geräusch dabei Ah Schnell weg, schnell weg, schnell weg Ah Nein, 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 nein Huh Erschuldigung Nichts Wieso? Ich werde eh erwischt, ich werde eh erwischt Ah Nein Das ist einfach voll das Lächeln Nein Kann aber nichts machen Mach, mach Oh, lol Lol, was ist das denn für ein Troll? Geil, Mann Das ist geil Dich Wieso? Oh AHHHH Einmal durch einmal hin Tschüss Mach auf die Kacke hier Wie unfair Nein! Nein! Oh, lol. Man kann es auch nehmen. Hält dich wies. Hält dich wies. Voll fies. Geschafft! So. Tschüss. 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 So. Ist gut, es verbraucht Zeit, wenn man durch die Portale geht, deswegen ist es umso besser. Oh, shit. Nutschuldige Ergebnis. Du musst drücken. Wer, ich? Zwei. Zwei. Oh, shit. Ja, komm. Loot! Da gibt's nur Loot. Braucht keiner. Ja. Und er nimmt alles. Ja, man braucht das ja echt nur, ne? Ja. Das bringt ja an sich nix, ne? Das ist halt einfach nur so ein Highscore-Ding. Oh, der weiß alles. Na, 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 na. Na, guck mal so ein Spiel. Das reicht nicht, auch das Tingle? Ich weiß nicht. Oh, Meer und Sand, äh. Ah, ja. Das Meer und Sand. Das Meer und Sand. Auf zum Labertun. Das Meer und Sand. Ja, na, na, na. Ja, na, na. Ja, na, 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 na. So. Feiertauer. Feiertauer. Warte. Dann ist mal weg mit dem K-P-Rotze. Rotz. Rotz, typi, rotz-Bengel. alle da wie sie ziehen hier aus und wir sind die einzigen ohne freierüstung außer ich gehe mal kurz durch was wir kurz durch spiel ich glaube man kann die leute hochheben und dann wieder bewegen kann auch falsch aber da war doch was Grab it, grab it, grab it. Ah ja. Der erkennt die Tricks. Nein! Aha! Da, Kuni! Kapitan! Ich hau auf den Boden! Ah, ich bin wütend! Wütend? Nein! Ach, come on! Jetzt will ich mich fangen. Kannst mich hochheben und dann wiederbeleben werde ich. Ja. Ich hab gleich wieder was gelernt in einem Spiel von 2000. Ja. So. Alter, was ist das denn alles? Das Spiel ist ja wieder eine tolle Idee. Ich hab hier so ein Klava-Dings wie bei Mantoros-Mars. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Haut einfach ab von mir. Was hab ich dir getan? Unabels. Hallo. Haut ab dir. Ne, einfach aufhören. Hat jemand bummeren? Ja. Ach da. Ne, du hast das jetzt nicht gesagt. Mit dem her. Ich glaub, weil er das Blink-Shot hier. Oh, schau. Boah. Ist auch noch da zu. Ne, schief. Nur Stiefel. Oh, ey. Warte. 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 Es funktioniert, wenn er wieder steht, aber... Ne. Blasen. Achso, es geht nicht. Das Spiel. Auf die Blasen. Vor allem, er hat die Feuerrüstung. Da geht das. Nicht. Ja, stimmt. Dein Geist. Ja, ihr Hurenzöne, Alter. Scheißpferd. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Dinge passieren? Oh, so. Wie im Zelda-Game. Ich bin ja so. Ne, mach ich's dir. Vor allem, im Finten Morgel was auch nicht schlimm. Oh, ja, ja. Vor allem, der Touch-Traum war. Aber, kann ich ein bisschen Nerven. Sonst. Oh, gut. Wenn die Nerven gerne mal. Oder so. Dann soll sie einen wegbauen. Oh. Oh, nice. Hätte man, ich hätte es jetzt zwei nehmen können. Na ja, so einfach soll es ja auch nicht werden. Eben. Erstmal mit meinem Hund. Mord ziehen. Wow. Das ist ja immer praktisch, wenn man gedrückt hält und dann alles sieht. Na gut, da ist nichts. Kann man jump? So. Achso. Ja. Pitzig, du Teichel. Okay, ich sehe hier ein Problem. Oh, warte, hier. Ja, perfekt. Nein. Warte. Ich glaube, du musst weiter wegstehen. Glaube ich. Hä? Hä, das Spiel macht wieder null Sinn. Warte, dann muss ich hier dicht. Ich drück mal nach links, während du das machst. Gehen wir weiter an links nochmal. Probier's nochmal. Was? Wer? Probier's nochmal. Nee, geht nicht. Okay. Weil du Teichel aber nicht nach links. Ja, links rüberwerfen. Stimmt. So. 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 Schon zwei Herz in Verlangen. Du bist rüber. Das ist jetzt Spiel. Richtig mies. Das nicht? Oh mein Gott. Warte jetzt. Geht noch ein bisschen nah. Nee, aber dann. Aber dann geht er wieder rüber, oder? Du musst Select drücken. Und dann rüberwerfen. Ach, ja. Ja. Jetzt nochmal Select und dann wirst du mich rüber. Die haben auch an alles gedacht. Das hat nicht geklappt. Oh mein Gott. Oder muss ich eher drücken? Ja, ja gut. Und jetzt musst du dich rüberwerfen, dann drückst du Select und nimmst dran. So. So. So, wie es geht. Perfekt. Voila. Yeah. Warte, ich will ganz kurz alle vier hier kaputt machen. Aus unbekannten Gründen. Alter, aber jetzt wieder Insider wissen, die das nicht wissen. Ja gut. Wenn man die auch kaputt machen kann? Nee. Ich habe keine Ahnung, was vielleicht sein könnte. Ich weiß auch nicht, was passiert. Achso. Yeah. Ich bin wieder auf. Das ist ein Fee. Oh, nice. Ich bin wieder. Sprich ihn nochmal. Fuck. Ich bin bereit. Team Arboi. Und du? Alter, er wusste... Au. Das... Nicht groß. Ganz 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 groß. Ja. 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 Richtig. Richtig übertrieben der Raum, Alter. Was ist das für ein Raum? Selbstzerstück. Eingeleitet hier. Ach, Fehler. Boah, ich bin dabei. Oder soll ich den Boomer anwalten? Nee, ich glaube nicht. Tick. 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 Mit твоi. Tick. Pick. Tick. 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 ich werde ich noch oder ich mache und verbrannt es ist doppelt gefallen das kann ich noch mal runterfallen ist aber ich bin hier ich habe das Gefühl ich bin nach Hause ich habe das Gefühl, man muss hier rein ich habe ein bisschen mehr hier ist es weiter unten hier geht es auch noch meine Truhe meine Truhe ich will deine Truhe ab und jetzt jumpen wir weißt du wie man wieder rauskommt? ah, nein, aber ne wie kommen wir hier raus? ich habe keine Ahnung oder, ach warte, ich müsste wahrscheinlich hier rein ja, der links jetzt ja, ne ja, die Truhe ja äh, die Truhe achso ähm, unser Spotlight, wenn jemand der Letzte ist ja stimmt, da hat man in der Mitte das Bild das ist so geil im Singleplayer da kriegt man eben auch das Riesenbild nice so scheiße, boss moin dem los, Alter mit seinem Morgenstern äh Alter, du kennst ja wie äh äh nein das hat gesagt okay, I can do this das ist immer leck jetzt ist er tot nein ich hab ihn für den Loot 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 erst mal den Ass voll geraucht oh, von Mario hier er hat was zum schießen achso, ne ouch hat es das gerade nur reverse ist ganz praktisch warte ich kann ja ich kann euch ja ich würde so ungern wechseln ja dann nämlich ja das ich denke das verwirrt mir das ding kann ich darauf ballern nicht darauf ja das ding alter das war ein richtiger trickshot ich wollte sagen ich kann ich die fehler wiederholen brauchen ich denke du kannst es aber wechseln aber ich hätte ich jetzt rüber tragen können stimmt nicht verkacken ist halt immer das geile so im multiplayer wenn man sich das teil also die verschiedene waffen aufteilen kann ich freue mich schon auch auf das letzte von lustig macht spaß zu sehen und zu wissen ja du musst mit mit fallern rechts ich bin mal gespannt glücklich zu dem behalten ne du du dir mal ist der ist schneller pfft scheiße aber meine du es kommt tingle der trugel wenn er sich überhaupt hier reintraut ne ne der ist dann kein dungeon ehre ach ich bin mir so äh so roda uah ach so bin nun so nol 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 ah hier ist auch noch mal alles also falls du noch mal wieder fehler haben willst ne die ist bereit ich hab sogar ich werd mir sogar Bomben ne Bomben oh ja die Bombenhalle oh bombe bombe so können wir gleich was freispringen he 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 ist irgendwie was machen wow roda nol 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 m rock auf mir Auf dir warten. Ah, ich habe ja keine Feder mehr. Stimmt. Nochmal, du hast. Alter. Alter, das Spiel meins ist aber auch nicht gut, wie du dir heute. Bringt das hier was? Nö. Ja, nicht viel. Das ist als gar nichts. Schraubend? Nee. Wow, direkt gefallen. Das ist was. Oh, er ist schon. Schadowing. Oder so schnell. Another fuck. Alter, über drei Mal das Spiel. Schatz. Ich höre schon. Und da brauchst du ja. Mit einem blauen. Ah. Okay. Blauer Link hat sich wieder kopiert hier. Ja, okay, okay. Warum? Das macht gar keinen Sinn, ey. Scheiße. Ja, man hat die ganze Erde gewaschelt. Warum ist es schon zweit? Na gut. Ja, haben wir. Das war ein Mini-Zwischenboss. Das Ausgeht war da. Ah, das war gerade erst die Hälfte. Jetzt wäre halt wieder die Feder praktisch, ne? Ja, rückstoße. Out of this world. Danke. Das kannst du auch sagen. Spaß. Kann sogar hier auch vorher anfallen. Also, das macht es nicht gut. Ich brachte meine Bomben. Sie sind mit in die Lava gerollt. Ich dachte, ich hätte einen guten Plan. Scheißplan. Ich wollte dich mit dem Monster hier platt machen. Passt bloß auf. Einer von uns braucht Bomben, aber ich hab's. Ich hab ja Bomben. Mit der Original hat meine Hälfte. Ja, komm. Das ist ganz ehrlich. Wer Zelda 1 gespielt hat, weiß, was man zu tun hat. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Ich bin Tommy heute. Wir bekämpfen jetzt, glaube ich, nur noch den Boss. Also, wir können, glaube ich, hier Bomben holen. Also, wenn wir alle gegen ihn kämpfen. Dann geht's schneller. Warte. Achso, warte. Äh, ich bin nicht bescheuert. Das geht von hier oben. Ja, das müssen wir von... Oh, da, ja. Ups. Ich wollte dich nehmen. Kannst du mir nehmen? Kannst du mir nehmen? Kannst du mir nehmen? Ich mach. Dann nehmen wir wieder. So. Ich will aber dich nehmen. Echt das? Ja. Ich wollte dich gerade da drüber werfen. Ja, gut. Warte. Warte, wieder raus. Nicht da gut. Ja, noch mehr Bomben. Mehr Bomben heißt mehr Bomben heißt mehr Bomben. Heißt mehr Bomben. Hab ich gehört. Von irgendeinem Matrix. Vor Jahren. Ha! Lampenölseile. Aber nur, solange du eine Rubine bei dir hast. Mein bester Freund Karpian. Wer hat das erwartet? Niemand. Sinti, keiner ruft. Niemand. So. Sie sind nie bei Zelle eingefallen. Aus. Niemand. 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 nimm doch schluck und doch machen doch noch ein Der da war Hunger. Die Musik kommt? Nice. Ja. Ja. Wollte nicht. Der liegt wieder passende Musik. What? Alter. Schloß Hyrule schwebt erneut in Gefahr. Das Böse, das es besiegt schien, ist zurückgekehrt. Vielleicht blieb einer der Diener des Bösen verborgen. Lauernd, um im richtigen Augenblick zuzuschlagen. Doch wo das Böse besonders stark ist, befindet sich meist eine Meid in ihrem Käfig. Befreie die Meid dieses Turmes. Wir dürfen Schloss Hyrule nicht im Stich lassen. Schuh, schuh. Flop, 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 flop. Flop, 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 flop. Flop, flop, flop. Flop, flop, flop. Flop, flop, flop. Jetzt kommt der Boss. War das jetzt eben der Boss? Ja, das war der Boss. Lord. Einfach Zelda-1-Boss recycelt. Das war wohl der einfachste von allen. Ne, ich jetzt einfach mal. Ich behaupte ich jetzt einfach mal. Hm? Ich behaupte jetzt einfach mal, das war jetzt der einfachste Boss von allen bisher. Ja, so ziemlich, ja. Echt? Wow. Gefühlt schon eigentlich. Das ist die Arena-Leute. Aus Diamant und Ferl. Geil. Du hast die Flammen bewunden, um mich zu retten. Dein Mut ist groß. Hallo, das sind vier, hallo. Du bist wirklich ein Ritter von Hyrule. Du hast natürlich schon von den Rittern von Hyrule gehört, nicht wahr? Sie sind das stolzes Königreich. Sie würden ihr Leben geben für die Ehre. Vier heilige Juwelen öffnen den Weg zu jenem Ort Hyruls, der da heißt. Himmelsgefühle. Die Wacht, was die Wacht über diese vier Juwelen oblag, seid ihr ja den Ritter von Hyrule. Doch ausgerechnet in diesen Zeiten der Dunkelheit sind die Ritter wie vom Erdboden verschluckt. Jetzt muss... Ne, ich muss sagen, das beunruhigt mich zutiefst. Punkt, 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 Punkt. Wie bitte? Meister Kepora Gebohrer, sagst du? Ist eben so... Nun, dann auf zum Schloss Hyrule. Wir müssen das Schloss befreien. Knack. Rien heißt... Drei, Alter. Drei von sieben schon. Drei von sieben schon. Diesmal machen wir ja auch wieder an diesem PC weiter. Nicht am anderen. Ich meine, natürlich im originalen Gamecube natürlich. Wir sitzen auch gerade da bei dir in der Wohnung. Wir haben Fleck und so. Ne, ihr habt ein Kilometer langes Gameboy Advance Kabel hier. Das ich hier verbunden habe. Okay. Dosen-Telefon. 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 Oh, ey. Du bist Feuer und da wird einfach der Vorgarten hier aufgehauen. Die Ebene. So, das war's wieder mit diesem Part von Zelda. Diesmal ging's echt noch nicht so viele Rätsel. Ja, ja, das stimmt. Also jetzt haben wir eher so straight forward. Ich glaube, hier gab's, glaube ich, in dieser Welt gab's, glaube ich, auf jeden Fall eins, wo ich zumindest als Kind länger gehangen bin, soweit ich noch weiß. Ja, und sonst aber trotzdem auch eher wieder so ein bisschen straight forward, glaube ich, diese Welt. Oh, das ist klar. Weiß ich gar nicht mehr genau, wo man jetzt genauer hängt alles. Ich glaube, in der nächsten Welt könnte man auch wieder ein bisschen an welchen Stellen hängen, weil's da wieder ein Rätsel-Level gibt, glaube ich. Bin ich ganz sicher, hm? Naja, ähm, so. Aber halt diese Welt auf jeden Fall auch ein bisschen straight forward wieder. Okay, dann bis zum nächsten Part und ciao.